Ich habe zwei Schlangen zugleich eingefangen. Diese beiden Schlangen haben mitten im Dorf gegeneinander gekämpft. Das sind zwei männliche Zornnattern, die sich gegenseitig duellieren. Zornnattern sind ungiftig, aber sie können schmerzhaft zubeißen. Normalerweise lässt man Schlangen dort, wo sie sind. Aber hier hätten sie leicht überfahren werden können, deshalb habe ich sie eingefangen und irgendwo in der Natur wieder freigelassen. Abonnieren für mehr.